Rihannas Babybauchauftritt, wie viele wünscht sie sich? Beim Superbowit 2023 hat Rihanna, 34, für eine riesige Überraschung gesorgt. Während ihres Comebacks, sie war rund sechs Jahre nicht mehr auf großen Bühnen aufgetreten, zeigte die Sängerin in der berühmten Halbzeit-Show ein Baby-Bäuchlein. Sie machte damit öffentlich, dass sie ein zweites Kind mit ihrem Partner A-Dollar-Zeichen-AP-Rocky, 34, erwartet. Und es könnten noch weitere Kids folgen. Rihanna hat so viele Dinge, für die sie dankbar ist, habe ein Insider dem US-Magazin People verraten. So sei sie nicht nur ganz verzückt darüber, wie ihr Auftritt verlaufen ist, für den sie keine Gaststars auf der Bühne begrüßt hatte. Es habe sich angeblich für sie auch ganz großartig angefühlt, wieder aufzutreten. Und Rihanna sei auch super begeistert gewesen, ihre Schwangerschaft zu bestätigen. Ein Sprecher hatte nach dem Auftritt dem Magazin ebenfalls bestätigt, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Rihanna und der Rapper A-Dollar-Zeichen-AP-Rocky, bürgerlich Rocky Myers, sind seit dem vergangenen Mai bereits Eltern eines Sohnes. Der anonymen Quelle zufolge sei sie glücklich, dass dieser ein Geschwisterchen bekommt. Angeblich soll es im Sommer soweit sein. Außerdem wolle sie demnach mehrere Kinder. Es könnte also durchaus sein, dass die Familienplanung nach dem zweiten Baby noch nicht abgeschlossen ist. Oftmals präsentieren sich Acts für die Halbzeit-Show beim Superbowl mit namhaften Gaststars. Im Gespräch mit CBS Sports hatte Rihanna noch kryptisch ihre ganz besondere Begleitung angedeutet. Vor ihrem großen Auftritt erklärte sie mit einem Lächeln, Ich denke darüber nach, jemanden mit auf die Bühne zu bringen. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Mehr wollte sie nicht verraten, denn dann wäre es keine Überraschung.